Langsam. Ja, Schatzi. Mimi, langsam. Schatzi? Der Schatzi. Ja, der Schatzi. Max? Wo ist mein Maxi? Wo ist mein Maxi? Ist das so schwer zum Nimmern von der Hand? Okay, langsam. Verstehe ich nicht. Kannst du mir eine zweite von ihr geben? Okay. Super gemacht. Nein, eine Runde wird gerade gegeben. Nein, das war ja schon eine Zwischenrunde. Ach so, eine Zwischenrunde. Jetzt habe ich gesagt, Rocky, jetzt kommt noch die Mämoserle. Mämosi, die ist so dünn, ja. Komm her, Schatzi. Mäsi? Ist mein Dünnig? Ja. Lala. Der Schatzi. Was? Lala. Der Schatzi. Mama liegt hier, Schatzi. Super, geht ja. Geht ja. Weil es so dünn ist. Nein, Schatzi, das gehört der Clio. Clio. So ist fein. Max, nein. Max. Max. Nein, das gehört der Clio. Max. Ja, sag mal. Clio. Clio, schau. Schau, schnell nimm das. Nee, das gehört der Clio. Dann warten wir halt. nicht. Kind. Nein. mit